Hartnäckig hielten sich in den vergangenen Transferperioden die Wechselgerüchte um Außenverteidiger Rafinha. Der Brasilianer entschied sich letztlich für einen Verbleib beim FC Bayern. Angeblich besteht sogar die Option auf eine weitere Saison. Während Joshua Kimmich bei der deutschen Nationalelf in Zukunft auf der Sechserposition eine tragende Rolle spielen könnte, ist sein Einsatzort beim FC Bayern klar definiert. In der Abwehrkette von Niko Kovac ist Kimmich als rechtes Glied gesetzt. Mit Konkurrent Rafinha gab sich nach außen lange unschlüssig darüber, seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängern zu wollen. Knackpunkt, waren vor allen Dingen die Forderungen des ehemaligen Nationalspieler-Brasiliens, vier Einsätze. Rafinha hätte gerne für zwei Saisons unterschrieben, paraffierte letztendlich aber einen Einjahresvertrag. Rafinhas Vertrag läuft aktuell, bis 2019 in den Verhandlungen wurde aber offenbar eine Lösung gefunden, mit der beide Seiten einverstanden waren. Der Sportbild zufolge wurde in Rafinhas neuem Arbeitspapier eine einjährige Option implementiert. Ob diese von Vereins- oder Spielerseite gezogen werden kann, wird nicht genannt. Unter Kovac spielt Rafinha eine andere Rolle als noch unter Jupp Heynckes. Nach dem Abgang von Juan Bernhard Paris Saint-Germain, 14 Millionen Euro, wurde vielerorts darüber diskutiert, ob der FC Bayern einen weiteren Linksverteidiger unter Vertrag nehmen sollte. Punkt. Kovac vertraut jedoch auf Rafinha als Backup für David Aleba. Wie viel geht? Punkt. Kovac выдraut. Kovac vers H samh faith. Punkt. Kovacitative – 14 Millionen Euro, wurde vielerorts darüber vor, der FC Bayern unter der 59ір. Punkt. 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 Vielen Dank.